Was geht ab Leute, liebe Leute, ich bin live auf YouTube und wir streamen OmaTV, also OmaTV ist Chatroulette, Chat, äh, egal, fast was Falsches gesagt, halt hier, mal gucken, wie in Deutschland auf diese Spin reagiert. Und wie gesagt, hier fragen mehrere Leute nach der schwarzen Witwe, Leute, wenn ihr sehen wollt, wie ich die schwarze Witwe auf meiner Hand hab, checkt bei mir bei Instagram meinen zweiten Beitrag an, den ich gepostet hab, da hab ich die schwarze Witwe auf meine Hand genommen und ein kleines Edit gemacht. Okay, lass klar, aber ich kenn dich. Ähm, hi, ich bin gerade live auf YouTube, darf man dein Gesicht sehen? Zwölf Sekunden später. Oha, krass, Alter. Er macht Fotos von mir, egal, okay, bist dabei, Bruder. Was heißt, ich grüß Chilke, ich grüß Bebblitz, ich grüß Kahn, ich grüß alle. Ich grüß auch alle. Du bist Abonnent auf YouTube, ne? Ja. Die Augen, Chico. They never lie. Super, Bruder. Ich lade dich irgendwann mal auf den Döner ein. Ich hatte auch ne, ich hatte auch ne Vogelspinne, äh, das war ne Dings, Avicularia Metallica. Mhm. Die wollte aber nichts essen, dann ist sie einfach gestorben. Das ist sehr traurig, Bruder. Ich kenne mein Beileid. Ich kenne das, okay, ich tue das Essen vor, vor ihrem Mund, ne? Die nimmt dich, die geht einfach zurück in die Rolle rein, einfach wieder. Oder ab und zu ist das so. Keine Ahnung, Mann. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch. Ich liebe dich. Hi. Hallo. Ich bin grad auf YouTube live, darf man dich sehen? Wie sehen? Also. Also sehen, so die anderen Leute hier, die 2000 Leute. Ja. Ja. Ja, das sind keine 2000. Soll ich mich dann irgendwie ganz zeigen oder so, oder? Ja, wenn du das willst, dann kannst du dich gerne ganz zeigen. Ähm, wollten sie sich nicht ganz zeigen, Mist? Hm? Oder nicht mehr? Was trinkst du da? Essig. Essig? Eistee. Tee? Eistee. So, sehr, sehr lecker. Ist eine neue Edition. Keine Werbung, bitte. Magst du eigentlich spinnen? Ja. Super süß. Nicht gut. Mach mal eine ****. Okay. Oha. Hi, darf man dich sehen auf YouTube? Ja, warte mal, ich kenn dich. Woher? Ich kenn dich, bruh. Wallah. Bruh, ich kenn deinen TikTok. Bruh, du kennst mich nicht. Wallah, billah sogar, ich kenn mich. Oder wie heiß ich? Du heißt, bruh. Ja, bruh, das ist so. Wie heißt ich, du sagst, du kennst mich, wie heißt ich denn? Bruh, wie ist mein Name? Weißt du, weißt du, weißt, wo ich dich kenne? Woher? Ich hab mich richtig viel für Tarantulas interessiert. Ja, Tarantula? Ja, und dann hab ich dich auf TikTok gefunden. Sowas hier. Genau, die, bruh. Hast du sie nicht gesehen? Na, nee, ich hab nicht drauf geachtet. Sag sie immer bitte, hallo. Hallo, bruh. Das ist nicht, bruder, bruder. Das ist Ginger. Das ist auch. Ah. Und, äh, gerade, ich, das ist nicht so gut. Hilfe. Bruder, nehmen sie mal bitte kurz. Ja, warte. Bruder, die will nicht, komm, guck mal. Kannst du hinten so ein bisschen antippen? Die kommen ja dann so nach vorne. Ja, warte. Also, ich, Ginger, gib mal Pfote, Ginger. Gib mal Pfötchen. Dankeschön. Und jetzt, komm mal bitte, oder geh mal ein bisschen hoch. Bruder, du bist keine Hilfe, warum hilfst du mir nicht? Bruder, er will nicht zu mir, ich glaube, er mag mich nicht. Bruder, das ist immer noch eine Sie. Sie mag mich nicht, bruder, ich bin sehr behindert. Hier ist alles gespiegelt. Komm nicht klar, lass, wie bei Mario Kart, kennst du das? Ja. Wenn alles gespiegelt ist. Versuch, versuch deinen linken Arm so von unten zu greifen. Das ist auch Aufwärmung für die Gelenke. Okay. Oder, eigentlich, du kannst jetzt mit deinem Rechten nach unten. Wie heißt du überhaupt? Ich heiße Jan, bruder. Wie? Jan. Ja, danke, Jan. Junge, Jan, du hast mir krass geholfen, bruder. Ja, bruder, ich weiß. Ich hab mein Bestes gegeben. Okay, Jan, ich würde sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch, ne? Wie viele sind 3 plus 3? 3 mal 3? 3 plus 3. 7, weil Ronaldo... Ich kenn dich, du warst doch der, der sich auch diese riesen Schlange auf das Ding draufgelegt hat, oder nicht? Wie heißt das? Diese Tausendfüße oder so, wie heißt das? Ja, aber Harry Potter hab ich mitgemacht, das stimmt. Ja? Auch. Also daher kennt man mich. Hey, krass. Nein, doch. Bruder, ich mein das ernst, guck mal. Magie gibt's wirklich. Und... Der, gab wie so eine Spinne, Digga. Das ist mein Zauberstart. Oh, war, Digga. Macht Spaß, das ist mein Zauberstart. Das ist mein Zauberstart. Das ist krass. Das ist ehrlich, also... Das ist krass, ja, das ist geil. Aber du hast gar keine Angst vor diesen Spinnen? Ja. Das war's, Digga. Angst vor Spinnen? Was soll ich sagen, Digga? Ich wollte früher Spider-Man werden mich beißen lassen, aber heute... Oder ich hab den gleichen Gedanken. Ich will mich auch immer beißen lassen, aber die Viecher, die beißen mich nicht. Ja, ich denke immer so, weil... Wenn du so 200 Meter groß bist, ich würd den auch nicht machen. Ich würd beckeln, aber so, weißt du, so fühl ich wahrscheinlich auch, aber... Warum wurde Spider-Man dann gebissen? Boah, weißt du, Spider-Man hat den mit seiner Kamera... Ha? Mit seiner Kamera, da, bedässig. Mit was für Kamera? Mit seiner Kamera, da hat er die Spinnen so, bis... Bedässig, deswegen hat er die gebissen. Oh, also ein bisschen stalken und so weiter, dann... Ja genau, da war die Spinnen so, da hat er die gebissen. Oder ich hab ne gute Kamera, warte mal, ich stell dir die mal. Kamera hat nämlich, zwei Megapixel. Das ist geil, Digga. Wer ist, äh, der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin im Moment? Äh... Ich glaub, Olaf Scholz. Olaf Scholz. Der Wikinger? Gibt's dann? Der Wikinger? Äh... Ja, der ist Bundeskanzler, was weiß ich, ich war geil. Ob der Wikinger ist, Olaf? Also, das ist eigentlich so ein Wikinger-Name. Sven, Olaf, Björn. Nee, der ist jetzt... Hä, Digga, ich verstehe jetzt grad wohl. Ich bin grad irgendwie ein bisschen bölerhaft am Zählen. Nicht schlimm, oder? Hi, übrigens, deine Videos mit den Chirern. Dankeschön. Bye, Will. Also, ich feier das rote Licht bei dir, das rote Ambiente, weißt du? Aber erstmal... Also, ich mein, ich hab zwar keine Angst vor Spinnen und so. Oder bei allgemein Chirern, aber ich hätte wirklich keine Lust, mir diese auf die Hand zu setzen. Oh, Mensch, das ist voll, voll krass. Also, ich mein, wenn sie dir vertrauen und so und so. Ich mein, ich hab damit kein Problem, aber ich wurde zweimal gedissen und seitdem hab ich kein Problem. Boah, Spinn, Mensch, will ich spinnen? Ja, einmal von der Vogelspinne und einmal von der Kornhunter. Ich mein, die Kornhunter war nicht so spät. Also, ich weiß nicht, wie man von der Spinner gedissen wird, ich sag dir das ganz ehrlich. Also, mein Count ist immer noch bei... Ich hab den Zauberschlag nicht mehr, null. Ich schätze ich so auf 32, ist das richtig? Boah, Mist, die Hälfte. 35. Aber auch, 3 Springspillen und eine Schlange. Hast du Tiere im Moment noch? Oder? Also, ein Hund, ja. Hast du kleine Geschwister? Ja, vier Stück. Dann hast du vier Tiere, oder nicht? Eigentlich schade. Ja. Ich war eine, zwei Hunde. Wisst ihr. Der war gut. Wer isst du? Äh, Sophie. Sophie. Das war auch bestimmt Spinnzaube, oder? Oh mein Gott. Jemand sucht dich gerade. Wer ist Sophie? Du bist... Also, so ein Junge. Keine Ahnung. Und sonst, was geht in deinem Leben ab? Gar nichts. Hast du das Headset? Hm? Hast du das Headset? Danke. Docks wegen was? Nee. Ist das nur für Omm? Ja, einfach nur so Deko. Ah, ist mein Kollege, wie geht's dir? Bruder, darf man dich auf YouTube sehen? Hast du YouTube? Ich bin grad live. Also, darf man dein Gesicht sehen, oder? Aber auch mal live, Leute. Wie geht's euch? Ich nehm das mal als Ja, ne? Ah? Kannst du mal so machen? So, einmal so. Nein, so. Ja, aber so sehen die Leute dich nicht. Ach so. Guck mal, siehst du das nicht? Hier ist ein Spinnensymbol. Eine Spinne auf deinem Kopf. Und wenn du so machst, Ja, Ja sagst, dann geht das Symbol weg. Ja, das hat er verschwindet. Wollah, 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 Ehrlich. Lass gesagt, einmal Ja. Ich schätze den Mann. Du musst nur Ja sagen einmal. Ja. Ja, warum bin ich jetzt da? Warum? Weil du eingewilligt hast, dass ich dich jetzt hier auf YouTube zeigen darf. Ach so. Das ist so, du hast einen Vertrag unterschrieben, einen mündlichen Vertrag. Öh? Ja. Das geht sowieso nicht. Das geht nicht. Mündlich Vertrag. Mach mal, guck mal, Bruder. Siehst du den Würfel? Ja. Punkt. Bruder, was machst du da? Hi, was geht ab? Darf man dich auf YouTube reden? Ach, du bist der von Ziggy Talk mit der Spinne. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Darf man dich auf YouTube reden? Oh ja, das ist cool. Der ist cool, Digga, der ist cool. Kann man nicht sagen, hallo? Schmerzen. Hat er gespielt, hat er da? Darf man dich auf YouTube sehen? Man darf uns auf YouTube sehen, ja. Perfekt. Darf man dich auch? Ich mach gar nicht. Brr. Ich kann dir aber, wow, kann ich, schon mal, ich kann dir noch einen Freund zeigen. Schmerz, wie macht ihr das? Der zeigt aber gerade was. Schmerz, ich kann dir was cooles zeigen, nämlich das hier. Ok. Okay. Alles okay? Ja, aber es war... Es war seine Spinne einfach aus, Dig. Auf jeden Fall, wie viele Beine hat eine Spinne? Acht, ne? Krass. Ihr seid richtig krass. Ihr seid fantastisch. Doppelsmash hat hier jemand geschrieben. Yara, bist du Single? Ich? Ja, du. Ich bin Michael, aber ich bin nicht Single. Du bist nicht Single? Ich bin vergeben. Vergeben? Nein, ja, ich bin nicht Single. Ich bin vergeben. Dann habt Yara Pech gehabt, muss ich sagen, ne? Michael, ich liebe dich. Ich halte deine schöne Gestalt. Und bist du nicht willig, so brauche ich mich bei dir. Und wir sehen uns später. Hey. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.